Hoppate, wir haben hier Timelight's Limited Collector's Box von Snicklink, die haben nämlich auch diesen hier gemacht, so zack. Den werde ich mal aufmachen. Ich muss dabei vorher erst sagen, ich habe den dreimal gekauft, das ist einmal für mich und einmal für zwei andere Personen. Das kann sein, dass alles hier dreifach Doppelding drin ist. So, das hier kommt also mit so einem Gegenstand. Ganz genau. Das ist übrigens Koroni. Yes, ja. Aha. Das ist ja witzig, zack, das geht immer dahin. Ein Button, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Das wurde irgendwie gesagt, irgendwo bei YouTube. Timelight. Man muss sagen, das hier war Mitte Dezember rausgekommen. Also, deswegen, dass das hier so drin ist. Was ist das hier? Achso, ein Digitalalbum. Na dann. Und eine Karte. Achso. Da ist Kowalski. Kommt auch aus Wuhan. Spezialattacke. Impfstoffimmunität. Virenschleuder. Rente. Schwachpunkt. Fünf Meter Abstand. Inkontinenz. Und weibliche Viren. Fünf Meter Abstand. Noch zweimal. Die lege ich hier auf der Seite. Dann haben wir hier eine Menge Aufkleber. Einmal mit Koroni. Korinahits. Ja, das war nicht. Ja, sagt. Vorweihnachten wünscht euch, also von den Korinahits, 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 Korinahits und Korinahits. Was ist das hier? Ein Kalender? Corona Hits, Corona Haus Party Quarantäne, Knaller, Corona Party 4 Ja Alles schön und gut Januar Oh man Impflist Piers Oh man Hahaha Hahaha Scheiße Hahaha Wahl ab Hahaha 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 Oh man Hahaha 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 Tja Tja HNO 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 HNO